Hallo und seid herzlich willkommen zurück zu TechKidSkyBlock. Was geht da schief? Ja, wir hätten vielleicht schlafen sollen. Ach du Scheiße. WTF? Ja. Ausleuchten wäre immer gut. Und eine bessere Rüstung. Das leckt jetzt natürlich erst mal wieder. Alter. Zufälligerweise. Nein, habe ich nicht. Wow. Schlafen können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ja, was sollen wir machen? Ich glaube, ich habe eine Idee. Jetzt muss ich noch hier ran. Und aufpassen, dass niemand kommt. Denn jetzt mache ich mal sowas. Nochmal sowas, denn ich will ein Bett rausbekommen. Bett, 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 da. So, und jetzt schnell weg. So. Da kommt einer. Denn wir müssen Tag haben. Sonst funktioniert das nicht. Und, jo. Da, schlafen. Gut. Wir liegen im Bett und... Puh, alter. Dann kommen wir in die Welt rein und... Schon geht hier alles schief. Ah, Enderman. Verpiss dich. Enderperle. Da vorne ist Enderman. Ich klatsch den jetzt. Eine Enderperle. Die brennen natürlich jetzt, aber... Was ist mit den Creepern? Ich mache mir mal... Oh, da haben wir ja schöne Bögen. Ähm. Ein Bogen. Wollen wir nur noch Pfeile. Ein Pfeil. Warte mal, ich habe eine Idee. Okay. In dem Fall machen wir mal da rein und... Zwei Stück. Das geht besser. Ähm. Wir brauchen... Ja, so viel erreicht. Fürs Erste. Aber ich will nicht auf Risiko gehen. Junge. Stirb. Gut. Bam. Was? Nicht getroffen. Wie? Nicht getroffen. Ui. So, und die kann ich dann wohl... ...mit der Hand killen. Oh, ich bin gleich tot. Müsste was essen, aber... Jolo. Verreckt. So. Und jetzt den letzten Creeper. Creeper. Ich bin über hier. Gut. Und jetzt essen wir noch schön Brot. Und ja. So. Jetzt. Weiß ich, wieso es leckt. Deswegen. Aber wieso... Wieso funktioniert der Generator nicht, aber der da? Achso, weil der voll ist. Verstehe. Ähm. Upgrades haben wir keine mehr. Das heißt, er macht jetzt volle Leistung. Und das hier müssen wir sowieso abreißen, weil... ...das funktioniert jetzt so schon mal gar nicht. Aber jetzt als allererstes... ...sortiere ich auch mal meinen ganzen Scheiß im Empfektar aus. So. Monster Drops. Mach ich mal. Was wollen die rein? Alle Kisten voll. Ähm. Habe ich... Nein, habe ich nicht. So, erst mal hier. Redstone, Redstone. Nein, das nicht. Das auch nicht. Und... Das da kommt rein. Sonst eigentlich nix mehr. Cool. Achso, da kommen Pipes rein. Also das da, das da, das da. Und das da. Und die da. Da kommen die... Ähm. Hänzo und die Werkzeuge rein und alles. Also das Ganze hier. Die Fackeln brauche ich unten in der Taskleiste. Weil ich gleich alles ausleuchten will. Und... Ähm. Ja, das... Wieso schieb ich die Kuh hier? Komm, krieg ich gleich mal einen Pfeil in dein Arsch. Alter, alter, alter. Ja, renn mal. Aber das hier verursacht ein ganz schöner Lack. Deshalb mach ich das jetzt mal so. Wie viel Kohle? Alter. Alter, Kuh. So. Auf jeden Fall, das müssen wir anders machen. Hier mach ich jetzt erstmal den hier. Und das müssen wir jetzt halt erstmal alles manual machen. Manuell. Und... Das da hier funktioniert ja nicht. Also kommt das da weg. Das da kommt weg, aber... Ja, YOLO. Wie viele Sachen sind hier drin? What? Alter. Was geht da schief? Und heute darf ich die Folge nicht so lange machen. Also so 15 Minuten. Aber diesmal pünktlich. Weil mit dem Rendern und... Alles bin ich ziemlich hinterher. Und jetzt ausleuchten. Dass uns die Scheiße hier nicht nochmal passiert. Auf dem Dach ist viel passiert. Und da ist auch viel gespawnt. Das will ich nicht. Hier hinten ist sozusagen noch alles ausgeleuchtet. Ja. Das geht hier alles. Da muss ich halt nächstes Mal noch irgendwann cheaten. Aber wann weiß ich noch nicht, wann ich das mache. So. Und hier oben auch noch. Obwohl es uns ja egal sein kann. Aber... Komm, mach mir das so. Dass es schön aussieht. Dass wir es für immer bleiben lassen können. Das kommt weg. Und dann... Rüstung. Ähm... Ja. Wie sollen wir das denn machen mit Rüstung? So. Jetzt als allererstes mache ich hier. Enderperle behalte ich mal. Das da kommt weg. Kulasse ich mal. Pfeile kommen weg. Brauche ich alles nicht mehr. Das da kommt alles weg. Und... Ähm... Die Brote hier. Die werden auch überproduzieren. Dann nehme ich mir mal das alles hier auch raus. So. Und werfe das mal da hinten in die Kiste rein. Weil so viel Brot brauchen wir nicht. So. Und jetzt... Einen... Das davon brauchen wir auch nicht. Sortieren wir weiter aus. Ähm... Alter. Was liegt denn das? Die ganze Zeit läuft so gut. Ach so. Ja, stimmt. Das habe ich wieder umgestellt hier. Höchstleistung. Das muss so sein. Oh, Ladebildschirm. Ladebildschirm. So. Ja. Und dann... Ähm... Bruchstoffe hier. Kohle. Ein Stack behalte ich mal im Impintar. Und... Hier kommt Werkzeug rein. Werkzeug haben wir aber alles. Das mache ich jetzt alles mal so. Der Schaufel kommt da hin. Das Bett brauchen wir nicht mehr, aber... Ja. Da kommen die zwei Pipes rein. Die nicht. Ähm... Filter können eigentlich auch da rein. Das auch. Die kommen auch rein. Da habe ich hier noch die da. Und was brauchen wir noch für Redstone... Redstone... Zeug. Ähm... Wo sollen wir denn das reinmachen? Da oben kommt Holz rein. Da Stein. Hier. Das alles. So. Und wo kommt Redstone-Zeug rein? Das mache ich einfach mal hier unten hin. So. Das auch. Und die da. Das behalte ich mal. Das Bett kommt auch weg. Das Bett packe ich mal da unten hin. Die zwei Ender-Chests mache ich auch mal hier hin. Wer weiß, was wir da noch brauchen. Dann noch hier. Mach ich die da und die und die hin. Und das macht unten in die Leiste. Das auch. Und das da kommt. Dahin. So. Wir haben wieder alles sortiert und sind jetzt bei 10 Minuten. Das heißt, ich will jetzt... Ähm... Noch mal einen Rotary Mace Rater machen, weil ich die ganze... Produktion, wo wir jetzt hatten, ähm... Knochenmehl machen will. Das geht nämlich. Und da... Rotary. Da war er. So. Rotary Mace Rater. Da brauchen wir Mace Rater und den da. Das geht ja alles einfach. Refined Iron, Bronze und Tin. Refined Iron, Bronze und Tin. Refined Iron haben wir hier, denke ich, auch noch. Refined Iron. Redstone brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Tin, 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 Iron Dust. Ne, wir brauchen Tin. Nein, da oben. Tin. Eisen brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Ach komm schon, haben wir keinen Tin. Tin, wahrscheinlich in der anderen, im Lager. Haben wir wahrscheinlich schon Tin. Hier haben wir Tin. Bronze haben wir auch noch. So, als allererstes, was ich mir jetzt mache. Eins, zwei, drei, vier. So. Dann machen wir uns jetzt hier ein Crafting Table. Weil hier brauchen wir eh ein Crafting Table. Klatschen wir mal da hin. Dann, da kommt eigentlich Refined Iron. Ist aber, glaube ich, eigentlich egal, wie man es anordnet, oder? Und es ist nicht egal. So, okay. So. Und es kommt jetzt in den Kompressor. Dann müssen wir nochmal schnell schlafen. Hier fällt hier schön die Zeit im Auge. Kompressor. So. Und das funktioniert. Hier hole ich die 63 raus. Dann geht es jetzt weiter. Und hier ist alles außer Betrieb. Gut. Dann, was brauchen wir noch? Ähm, die Dinger. Die macht man aus Coldust. Coldust haben wir hier. Coldust, Coldust. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Dann hätten wir zwei davon. Dann machen wir hier. So. Dann hätten wir davon eins. Ja, und das geht ganz chillig. Dann werden wir in der nächsten. Was? Wie geht das? Burgenduell? Scheiße, ich habe keine Pfeile. Hüah! Ich habe gerade die Tür zugemacht. Lol. Aber wie schnell da einer spawnt. So. Jetzt haben wir auch im Haus alles ausgeleuchtet. Und jetzt schlafen wir. Und als erstes frühstücken wir hier mal ein Brötchen. Und dann gehen wir raus. Hier, die Türen müssen immer offen stehen bleiben. Dann in Macerator kommt Kohle rein. Das ist normale Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Mal das mal so. Gut. Und da sind zwei Stück fertig. Dann mache ich die da rein. Ja. Und da muss ich jetzt eigentlich nur noch warten, bis die fertig sind. Das geht jetzt eigentlich nicht mehr zurück. Die kann ich auch eigentlich rausnehmen. Und da unten reinballern. Hier, alter Überproduktion. Ja, komm, da oben mache ich mal das da hier. Dass ich sage, die erste Reihe hier kann weg. Weil das ist zu viel. Mache ich die da unten rein. Das gibt schöne Diamantblöcke. Und jetzt sollten die hier auch kommen. Jawohl. Im Sekundentakt. Und. Ah, jetzt weiß ich, wieso es hängen bleibt. Ich ändere gerade ein Video. Jetzt wird mir so einiges klar. Ein paar Overclocker brauchen wir natürlich auch noch. So. Hier sind jetzt wieder vier Stück fertig. Die machen wir anordnen. Jetzt machen wir nochmal vier. Was brauchen wir dazu noch? Maschinenblock. Refined Iron. Dann mache ich mal hier. Oh, da haben wir noch schön was drin. Machen wir hier kurz einen. Wir brauchen E2. So. Und dann können wir es uns gleich machen. Mace Rater macht man. Ähm, 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 Mace Rater. Feuer, Stein, Kobbel und den ein. Ja. Wir machen den. Achso, 15 Minuten. Das ist wieder die Folge zu Ende. Achso, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace. Jo. Achso, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.